Ich möchte noch mal von dem Wesen da erfahren. Kannst du mir mehr über dieses Umtier erzählen? Okay, wir erfahren noch nicht großartig was. Na schön. Dann also einmal zum Räuberhaus. Da, schon wieder. Hacke die Hacke. Was? Die hat zu Hause mit einer Axt Holz gehackt? Ihr Opa lässt sie mit einer Axt rumhantieren und Holz hatteln. Alles klar. Das sind ja super Erziehungsaussichten. Was? Ah, wer ist da? Oh nein, das ist nicht der Boy Ghost, ist es? Geez, will ihr listen to yous, too? Bunch of no-good... See, just a measly little brat. Hey, ich bin nicht ein brat. Ich glaube nicht. Was willst du, huh? Was machst du hier? Okay, jetzt, mein Papa immer gesagt, dass Stealing ist... Wait, wait, wait. Ihr Grandpa? Was ist das? Du selbst wissen, wo du jetzt bist, huh? Huh? Do ya? Und da, wenn du siehst? Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Du bist du doofus, das Schöne ghost-Schein ist zu spüren. Es ist keine Schöne Geschichte, aber das ist die Wahrheit. Es ist wirklich passiert. Es gab eine alte Wälder-Schein, genau hier irgendwo. Und das Meer, alles mit diesen... ...den Dingen. Er war in, жив und glücklich. Aber dann... Er kam aus, ein Schöne blöden und blöden. Seine blöden, 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 blöden. Wir haben durch, um zu verabschieren. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr, ist es? Der Mann schlönt, gut. Aber es gibt keine Glöden-Wälder-Göse hier. Jetzt schau dir die Ecke bevor ich sie schau dir, verstehe? Er... 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 Jetzt! Die zwei von euch! Alles klar! Also die Schule scheint ja ganz in der Nähe zu sein. Und die Übersetzungen sind halt auch immer noch nicht so... ...naja. Also, die Übersetzungen müsste man wohl noch mal ran. Okay, das klappt nicht. Haha! Oh, yes! This would make for great sewing thread. All fixed. Those days of practicing my sewing really paid off. Session! All fixed. Those days of practicing my sewing really paid off. Also, dann zurück. So, let's take a look. Naja, sein Bier ist selber immer noch, ne? Tut mir leid, Geh. Weißt du, warum der Mann so traurig ist? Do you know why this man is so sad? Ah, Gottfried. Best leave him be. The man's in grieving. It's his youngin', see? Like I says before, children up, then vanishing. Oh my gosh, that's terrible. We have to do something. Haven't you tried to... Wait, don't tell me. Aye. Head down, mind a mile. Ugh. Ähm, was? Das hab ich grad irgendwie nicht so verstanden. Tja, also, Geh sieht aus, als könnte er noch nen Drink vertragen. Hey, so... Geh looks kinda like he needs another Drink there. Geh will make sure I know when he needs another. Joa, Gil sagt ihm schon Bescheid, aber das Problem ist ja, dass wir das so ein bisschen leergepumpt haben. Also, ähm... Joa. Na gut, wir machen mal mit uns im Kram weiter. All right, thank you, mister. Better get back to what I was doing. Aye, as should I. Take care out there, little miss. Ist vielleicht der Hans sein Sohn? Sir? I... I heard about your boy. I'm really very sorry, sir. Yeah. Not as much as I am. Well, maybe I can help? Was it near the mill, like the others? Sigh. Hansel, he was taken near the mill, but you mustn't. It's too dangerous for us, simple folk. Some things can't be helped, child. Evil will have its way in this wicked world. You'll see the world for what it is one day. then you'll see. You'll see there's no good. I... I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. But you're wrong. It's true. There is lots of bad. More than I ever realized. And even hiding from it on the farm didn't help me. But the thing is, there is good too. Lots of good. And... And... I'll even prove it to you. I'll find your son, sir. I promise. Sure. As you say, little one, such youthful innocence. Is there anything you can tell me about the mill? Anything that might help? It's that witch in the mill, I'm sure of it. I'd left Hansel right there. The place was deserted. When I got back, he was gone. And the mill was all lit up and locked tight. Oh. But... Why did you leave him there? My wife, she... She hadn't been herself lately. And we were starving, see. And you left him out there? All on his own? I know I've done wrong. I'm not proud. I'm a fool. I know it now. More than anyone. I just want him back. I want to make things right. What good is it though? Evil will have its way in this wicked world. You'll see. Also irgendwie spielt dieses Spiel einige Märchen nach. Prima Stadtmusikanten hat es nachgespielt. Jetzt das Märchen von Hänsel und Gretel spielt es nach. Ich meine, wieso sonst würde der Mann seinen Sohn Hänsel dort einfach aussitzen. Ich werde mit euch. Seine Frau hat ihn dazu gedrängt, das zu machen, weil sie halt nichts haben. So. Weißt du irgendwas über die Mühle? Hab ich schon gefragt. Ich mach mich mal auf den Weg. Okay. I better get going now. I'll find your son, sir. I promise. Ach, keine Antwort vor ihm. Okay. Schauen wir doch mal. Warten wir schon. Hallo, Ben. Oh. Hallo wieder. Ach so, schade. Wir können ihm nichts über die neuen Sachen sagen. Erzählen wir auch mal. Na gut. Ich mach mich mal wieder auf. Okay. Ich glaube, ich werde wieder rauskommen. Okay. Good luck. Da. Den Esel, den brauchen wir. Oder? Was hieltest du davon, wenn ich das perfekte Publikum für euch gefunden hätte? Also wir brauchen auf jeden Fall entweder ihn mit seiner Geige oder den Esel mit dem, ich glaube, Banjo heißt es. Roostwig, what would you say if I told you I'd found the perfect audience for you? And that's right by the cabin you like. Roostwig, they'd love to hear you play. The lake? Surely you jest. That is miles away. I'll tell you what. Get me my home bag for me and I'll be sure to play for your peasant friends. Schade. Also erst die Banditen und dann den See. Na gut, dann lasse ich euch mal wieder, oder? Ah ne, das hatten wir schon. Ähm, dann lasse ich euch mal wieder in Ruhe. Alright. I better let you all get back to what you were doing. Können wir hier sagen, dass wir den Schmied gefunden haben? Äh, hello? I hope you don't mind me asking, but is, is your father the one who disappeared? You, you know where my papa is? I do, I found him. Where? Where is he? Please tell me. He's, well, he's in the woods still. But he's okay, isn't he? He's not hurt, right? No, no, he's fine. He's perfectly okay. Oh, thank goodness. Oh, that's such a relief. Thank you. Uh, I'm Anna and I'm glad I could help. You really did. I was sure he was lost for good this time. Silly, silly papa. The name's Ashley, by the way. Pleased to meet you. Ashley also. Sag mal, Ashley, hast du vielleicht noch eine Schwester? Mit blonden Haaren. Ich weiß nicht, wieso ich das Porträt mit reinnehme, ne? Verirrt, aber er ist ein Erstklassikerjäger. Oder wie findet dein Vater denn normalerweise aus dem Wald heraus? Beziehungsweise aus dem Wald raus. Oder, ich lass dich mal weiterarbeiten, Ashley. Wieso, arbeitet die da alleine in der Schmiede? Naja gut. Also verirrt, aber er ist ein Erstklassikerjäger. Oder wie findet dein Vater denn normalerweise aus dem Wald raus? Ähm. Wurde mal sagen, wir nehmen das Erste. Lost? But, he's a master huntsman. I thought he knew the woods like the back of his hand. he likes to stretch the truth just a little. Don't tell anyone this. Especially not my papa, but he's not really a master hunter at all. It's that silly beast. The one that's been stealing all the food. He can't let it go. He won't. He promised everyone in the village he would help them. As long as that beast remains in the woods, so will Papa. Okay. Wie findet dein Vater denn normalerweise aus dem Wald raus? How does your father normally find his way out of the woods, then? Usually I just get Gil from the tavern to help me find him. Then I just growl and make noises so he chases me and I lead him back here. But Ashley, he, he's hunting the beast. Oh, uh, hmm, well, good thing he's a terrible huntsman. Anyway, he caught on to me. He figured it out, so now I guess it's the beast or nothing. Oh. Deswegen meinte er wahrscheinlich, wir sind wie sie. Wir sind halt wie seine Tochter so und, äh, joa. Kannst du mir mehr über das und hier sagen? Can you tell me more about this beast? It's stealing food? Yep, the village is fruit. We're a fruitless village. That doesn't sound very beast-like at all. But it's eating all of it. The vendor who usually collects the fruit, he's terrified of it. A ferocious wild creature, he says. Gnashing teeth and long, razor-sharp claws. Oh my, that does sound rather beastly. Uh-huh. And that's what my poor papa is out there trying to find. Alles klar, okay. Ich lass dich mal weiterarbeiten, Ashley. I'll let you get back to work, Ashley. Be careful out there, okay? If that beast is out there.